Wir sind hier in der Houlin-Souterrain du Col de Roche, in L'Eloque. Das ist ein unterirdisches Museum. Das war mal eine Mühle in dieser Karststelle. Und wir haben hier vor mehreren Jahren die Fehlsicherungsmassnahmen ausgeführt. Das Spezielle hier ist, dass wir im Museum sind. Hier sind viele Besucher, die hier zirkulieren. Und wir müssen sicherstellen, dass keine grossen Steine runterfallen. Wir haben hier ganz verschiedene Sicherungsmassnahmen ausgeführt. Das geht von Felsräumungen, Entfernen von Felsblöcken und Installation von Steiflagschutznetzen. Wenn wir jetzt im Teil sehr hohe Höhe hier, über 20 Meter Höhe, muss man am Seil hinbegehen. Und das machen unsere Seilspezialisten.